Hi, schön, dass du wieder dabei bist bei Physia Insight. So ungefähr 6 bis 34 Prozent aller Menschen, abhängig natürlich von der Population, also vom Land und so weiter, haben einmal in ihrem Leben Schulterbeschwerden. Häufig werden Steroide gespritzt, also Cortoson zum Beispiel. Die haben einige Vorteile. Der eine ist, dass es stark entzündungshemmend wirkt und dass die Schmerz Linderung vor allem sehr rasch, also sehr schnell eintritt. Und deswegen ist es auch sehr beliebt im Vergleich zu Physiotherapie, wo man meistens Übungen machen muss und das ein bisschen länger geht. Allerdings hat man bei Tieren herausgefunden, dass Steroidinjektionen dieses Sehnengewebe auch belastet bzw. negative Auswirkungen darauf hat. Und es konnte kürzlich auch Studien an Menschen nachgewiesen werden. Ich möchte jetzt eine Studie vorstellen, deren Ziel es war, herauszufinden, ob eine Steroidinjektion, also eine Kollisioninjektion an der Schulter mit einer erhöhten Rate von Rotatorenmanschetten-Abrissen zusammenhängt. Die Rotatorenmanschette ist die Muskelgruppe an der Schulter, die deine Schulter hauptsächlich stabilisiert. Für diese Studie wurde eine Datenbank aus Taiwan herangezogen oder genutzt. Deswegen muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man Daten aus Asien zum Beispiel auf uns Europäer überträgt. Grundsätzlich sind wir natürlich alles Menschen, aber das geht nicht eins zu eins. Wichtige Fakten für diese Studie waren, dass es insgesamt 1025 Patienten gab, die Schulterbeschwerden hatten. Davon haben 205 Patienten eine Kortisoninjektion bekommen und die 820 übrig gebliebenen, die haben eben keine Kortisoninjektion bekommen. Insgesamt hat man festgestellt, dass in der kompletten Population, also von diesen 1025 Menschen im Schnitt knapp 2,9 Prozent, also 30 von diesen 1025 einen Rotatorenmanschettenriss bekommen haben oder sich zugezogen haben und von denen, die eine Injektion bekommen haben, waren es 20. Was bedeutet 20 von diesen 30, die sich die Rotatorenmanschette gerissen haben, waren in der Gruppe von den Steroidinjektionen. Das bedeutet 10 Prozent aller mit Injektionen, mit Spritze, Kollisionsspritze, haben sich die Rotatorenmanschette im Laufe der Studie, also innerhalb von diesen 49 Monaten gerissen. Dabei spielte es interessanterweise keine Rolle, ob die Leute eine, zwei, drei oder mehr Kortisoninjektionen bekommen haben. In der Kontrollgruppe, also in der Gruppe, die keine Injektion bekommen hat, waren es nur 1,2 Prozent eben diese 10 Leute, die sich trotzdem einen Rotatorenmanschettenriss zugezogen haben. Was super interessant ist, ist, dass auch neben der Kortisoninjektion auch Rauchen und Leber, also chronische Lebererkrankung mit einem Risikofaktor waren für einen Rotatorenmanschettenriss. Und zwar hat die Injektion das Risiko auf einen Riss um 7,4-fache, also um das Siebenfache erhöht, Rauchen um ungefähr das Doppelte und eine chronische Lebererkrankung um ungefähr das Dreifache. In einer anderen Studie, die das schon untersucht hat, war die Rissrate nach zwölf Wochen bei 17 Prozent, also nahezu doppelt so hoch wie in der Studie, die ich dir jetzt da vorgestellt habe, da kann man sagen, okay, das liegt wahrscheinlich an der Population. Komme ich nochmal zum Rauchen zurück. Es tut mir leid für alle Raucher. Rauchen konnte als unabhängiger Risikofaktor auch in einer anderen systematischen Übersichtsarbeit herausgefiltert werden. Allerdings muss man auch sagen, dass in diesem Zusammenhang hier jetzt beim Rauchen nicht auf körperliche Aktivität kontrolliert wurde. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel körperliche Aktivität der Risikofaktor ist und dass jemand, nehmen wir einfach an, jemand der raucht, sich weniger bewegt und dadurch, dass er sich weniger bewegt, eigentlich das der Risikofaktor ist. Und das kann man jetzt hier nicht ausschließen. Wichtig ist auch, dass es halt natürlich in anderen Bevölkerungen, anderen Bevölkerungsgruppen, also anderen Menschengruppen auch zu anderen Ergebnissen führen kann. Was man aber daraus ableiten kann, ist, dass man etwas vorsichtiger vielleicht sein sollte, wenn man eine Schultererkrankung hat oder ein Schulterproblem hat und dann nicht direkt eine Steroidinjektion in Betracht ziehen, weil es möglicherweise sekundär doch zu größeren Schwierigkeiten führen kann. Und es gibt auch schließlich andere Methoden, die vielleicht nicht so schnell sind und auch nicht so bequem, weil man selber aktiv sein muss, aber die sekundär wahrscheinlich einfach besser für die Schulter sind und besser für den Körper sind. Das ist zum Beispiel Physiotherapie und ein entsprechendes Übungsprogramm. Wir haben auch dazu ein Video auf YouTube, auf unserem Kanal. Verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Wenn du aber Fragen hast oder spezifisch von mir beraten werden willst oder aber auch zu mir in die Praxis kommen willst, dann melde ich gerne bei mir. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei PhysioInsight. Ciao!